Hallo und ganz herzlich willkommen bei Flowey's Corner zu diesem Video aus der Reihe FreeCAD Wiki. Wir werden uns in dieser Reihe verschiedene Seiten aus der FreeCAD Dokumentation anschauen und die mit kleinen Beispielen und Erklärungen unterlegen. In diesem Video arbeiten wir mit FreeCAD 019 mit der Revisionsnummer 20802 aus dem GitHub Repository vom 25. April 2020. Heute mit einem ganz wichtigen Thema, dem sogenannten Topological Naming Problem, das euch an FreeCAD an allen Ecken und Enden immer mal wieder verfolgen wird. Dieses Video richtet sich hauptsächlich an Einsteiger und Umsteiger von anderer CAD-Software, die ihren Workflow gewöhnt ist und den ein bisschen adaptieren muss in FreeCAD und wie gesagt Fortgeschrittene. Die Experten, die regelmäßig und schon seit langen Jahren mit FreeCAD arbeiten, die wissen, wie sie damit umzugehen haben und allen anderen hoffe ich, mit diesem Video einen kleinen Einstieg liefern zu können. Also das Topological Naming Problem, wie wir hier im Wiki schauen können, bezieht sich einfach darauf, dass intern in FreeCAD die geometrischen Elemente einen Namen bekommen und diesen Namen nicht fixen, sondern die sich ändern bei geometrischen Operationen und dann darauf aufbauende Befehle fehlschlagen können. Damit das nicht so abstrakt ist, wechseln wir jetzt mal ins System und ich zeige euch da, wie es weitergeht. In FreeCAD besteht die Geometrie im Wesentlichen aus drei Arten von Elementen, den Flächen oder auch Faces auf Englisch genannt. Das mache ich jetzt hier mal grün, das hier sind die verschiedenen Flächen hier in meiner 3D-Datei. Die Kanten, das sind hier diese Begrenzungskanten meiner Flächen, da habe ich ein paar mehr, die mache ich jetzt nicht alle grün, aber so ein paar, damit ihr wisst, was ich meine hier. Das sind die Körperkanten, in FreeCAD Edges genannt. Und dann gibt es noch die Punkte. Das sind jeweils immer die Stellen, wo sich zwei Kanten treffen, Punkte oder Knoten, so Englisch Vertices genannt. Und Probleme tauchen jetzt auf, da in FreeCAD all diese Elemente einen Namen bekommen. Also beispielsweise diese Fläche hier, die heißt Phase 3, diese Fläche hier, die heißt Phase 13 und so weiter. Und wenn jetzt sich ein Objekt auf eine Fläche oder eine Kante bezieht und wir ändern hier links in unserem Modellbaum ein geometrisches Element zu einem früheren Zeitpunkt, zum Beispiel hier von diesem Pad die Sketch, ändern wir hier ab, dann passiert folgendes. Dieses geometrische Element, beispielsweise die Fläche 3 hier, die wird dann umbenannt und heißt dann mit Pech nicht mehr Phase 3, sondern vielleicht Phase 2 oder Phase 5 und alle Elemente, die sich dann auf Phase 2 bezogen haben, schlagen dann fehl. Gefährdete Elemente sind Bezugsobjekte, wenn ich die auf Flächen klebe, also beispielsweise wenn ich die Fläche auswähle und pappe da eine Ebene drauf hiermit, die bezieht sich jetzt immer auf Fläche 3. Weiterhin gefährdet sind Sketches und Skizzen, das heißt wenn ich Skizzen direkt auf Flächen drauf mache, auswählen und eine neue Skizze. Da kann ich jetzt hier drauf malen, beispielsweise hier ein Rechteck, das jetzt auf meiner Fläche hier drauf klebt. Das ist jetzt hier sehr gefährdet, weil wenn man die Sketch 2 hier anwählen, sehen wir links im Support, da ist die Phase 3 der Support für und ebenfalls gefährdet jetzt innerhalb der Skizzen, wenn wir jetzt mal in die Sketch 2 hier reingehen, ist es, wenn ich mir Körperflächen oder Körperkanten oder 3D-Elemente in die Skizze rein referenziere, das heißt wenn ich jetzt hier sage, erstellen einer verknüpften Kante durch eine externe Geometrie und hole mir beispielsweise jetzt diese Kante oder diese Kante hier in meine Skizze rein, das wird ja häufig gemacht, beispielsweise, dass ich mich jetzt darauf beziehen kann, also dass ich jetzt immer sagen könnte, hier der Abstand zwischen der Kante und dem Punkt hier sind 5 mm, da ist jetzt die Gefahr gegeben, wenn sich diese Kante hier umbenennt oder wenn diese Kante hier vielleicht sogar ganz verschwindet oder so, dann gibt es auch einen riesen Fehler. Schauen wir uns jetzt mal an ein paar praktischen Beispielen an, wo uns das Toponaming hier treffen kann und wo wir hiermit in Probleme geraten können. Ich habe hier schon die Datei vorbereitet und zwar ist das eine ganz normale, einfache Extrusion in XY-Richtung aus dieser Skizze hier heraus, einfach so ein u-förmiges Profil, das ich nach oben extrudiert habe und dann hier vorne diese Pocket reingeschnitten habe. Und jetzt schauen wir uns mal an, was geschieht, wenn ich da Änderungen dran vornehme. So, und zwar wer aufgepasst hat, hat vielleicht bemerkt, dass meine Skizze hier nicht ganz sauber war, sondern dass ich hier in der Skizze noch 8 Freiheitsgrade habe. Das kommt einfach daher, da ich ja diesen linken Bereich hier gezeichnet habe, komplett eingeschränkt habe und dann habe ich diesen Bereich, als er komplett eingeschränkt war, hier an der Y-Achse, also an der vertikalen Skizzenachse gespiegelt und dann hat er mir die Geometrie gespiegelt, aber alle Freiheitsgrade offen gelassen. Ich möchte das also etwas sauberer lösen. Das heißt, ich möchte jetzt nur wirklich den linken Teil zeichnen als vollbestimmte Skizze und dann im 3D über den Mirror-Befehl, also hier oben, über das gespiegelte Objekt meine Kontur spiegeln. So, dazu wähle ich das Pad aus, mache das als meine Spitze, lege das als aktiven Körper nochmal an, dann sind wir in der Zeit wieder zu dem Zeitpunkt, als wir das Pad erstellt haben, gehen in die Skizze rein und jetzt löschen wir einfach hier diese gespiegelten Linien heraus, ignorieren erstmal hier unten die Fehlermeldungen und müssen jetzt hier noch die Kontur schließen, weil hier die Kontur noch offen ist zwischen diesen beiden Punkten, also ziehen wir da noch eine Linie rein und sind jetzt hier durch die schöne, satte, grasgrüne Farbe, sehen wir, dass die Kontur vollbestimmt ist und jetzt ist auch hier im Löser kein Problem mehr, wir können rausgehen und schließen und jetzt dieses Pad einfach über den Mirror-Befehl hier spiegeln, dieses Pad spiegeln an der Y- und Z-Plane, kann man hier auch auswählen, Y- und Z-Plane und OK und dann haben wir den gleichen Block, aber diesmal mit einer saubereren Skizze als vorhin und jetzt sagen wir wieder, das Pocket ist jetzt wieder der aktive Zeitpunkt unserer Erstellung, rechte Maustaste, Spitze festlegen. Seht ihr, was passiert ist? Hier ist jetzt auf einmal mein Pocket an dieser Seite hier. Gehen wir dem Ganzen nun mal auf den Grund, wie konnte das denn jetzt passieren? Also wir schauen mal, das Pocket, die Tasche wurde erzeugt aus dieser Sketch 001, die habe ich auch noch nicht umbenannt und da gucke ich mir die jetzt mal an. Hier liegt die Sketch 001, also auf dieser Fläche jetzt auf einmal und schneidet dementsprechend hier das Material raus. Was habe ich denn da falsch gemacht? Also wir schauen mal, der Support, also die Unterstützung, wo diese Skizze draufliegt, ist hier ganz klar als Pad.Face2 angegeben. Das heißt, er generiert sich immer auf der Fläche, die Phase2 heißt und vorhin, als ich die Skizze hier noch komplett gezeichnet hatte, dass das hier so ein umgedrehtes U war und nicht hier nur dieses L, da war hier vorne, das habe ich ja auch schon erklärt, das war mein Phase2. Das ist jetzt aber, nachdem ich die Skizze geändert habe, auf einmal nicht mehr das Phase2, sondern hier die Seite scheint wohl Phase2 gewesen zu sein. Also wird da jetzt die Pocket hineingeschnitten. Also ganz gefährlich. Wir probieren jetzt mal, ob wir das Ganze nochmal reparieren können. Wir blenden erstmal den Origin ein und schauen, zum Glück liegt diese Fläche hier genau auf der XZ-Plane. Das heißt, wir könnten jetzt versuchen, dass wir hier den Support ändern, dass der nicht wieder auf Phase2 liegt, verknüpftes Objekt ändern, sondern auf der XZ-Plane. Das hier wählen wir ab. Das ist angewählt und sagen, okay. Aktualisieren das Ganze. Leider sieht es aber nicht aus, als hätte es funktioniert. Das heißt, das müssen wir nochmal nachschauen, wo jetzt der Fehler liegt. Gehen wir nochmal in die Skizze hier herein und sehen jetzt auf einmal, dort wird das Ganze angelegt. Und das ist ja auch richtig. Allerdings stimmen jetzt die Bemaßungen überhaupt nicht mehr, weil der jetzt relativ zu dieser Kante hier bemaßt und nicht mehr relativ zu dieser Kante hier. Das heißt, ich müsste das Ganze jetzt hier auch nochmal ändern. An dieser pinken Farbe hier unten sehen wir die rein projizierte Geometrie und hier sind unsere Bemaßungen. Und wir kommen damit jetzt einfach nicht weiter, wenn wir weiterhin irgendwelche 3D-Kanten rein referenzieren, sondern wir müssen da jetzt erstmal klar schiff machen. Also ich lösche jetzt erstmal die Bemaßungen hier weg. Die 20 mm lösche ich. Und hier, das ist eine Beschränkung, welche aussagt, dass meine Geometrie auf diese Kante hier geklebt wird. Die lösche ich auch weg. Also schaut, dass ihr das auswählt. Entfernen. Und jetzt können wir das Rechteck hier frei bewegen. Jetzt sollten wir vielleicht schauen, dass wir hier die projizierte Geometrie ganz rausnehmen, also auch Entfernen drücken. Und jetzt unsere Tasche einfach nur wirklich zu dem Skizzen Ursprung hier unten relativ dazu bemaßen. Also wir schauen nochmal auf die Front drauf, schieben das hier so ein bisschen her. Und jetzt geben wir ein Maß an, hier so ein Horizontalmaß von hier wirklich zum Ursprung. Das sind dann 50. Und auch in vertikaler Richtung hier. Das waren dann, glaube ich, die 20 mm. So und jetzt sind wir da sehr unabhängig davon, von irgendwelcher 3D-Geometrie und haben die Skizze repariert. Also wir haben jetzt keine Bezüge mehr drin zu irgendwelchen Flächen. Und wenn wir jetzt unsere Sketch, also die Skizze einzig noch mal ändern würden, also egal, was wir da noch tun, ich kann es jetzt einfach mal aus Spaß tun. Ich mache jetzt hier mal eine Kantenverrundung dran, welche ich mit einem Radius jetzt hier von 8 mm belege. Das heißt, ich habe die Kontur jetzt hier nochmal geändert. Das heißt, ich habe jetzt hier auch nochmal eine zusätzliche Fläche generiert. Hier hinten diese Mantelfläche des Radius und trotzdem ist mein Pocket hier vorne noch korrekt. Also nehmen wir als erstes Fazit schon mal mit Skizzen, die auf Ebenen liegen. Also jetzt hier zum Beispiel auf der XZ-Plane, die sind einfach deutlich stabiler, als wenn wir eine Skizze einfach auf irgendeine Körperfläche draufhängen. Also das funktioniert zwar in FreeCAD, also ich sage es nochmal ausdrücklich, es ist nicht, als würde das nicht funktionieren. Ich kann eine Fläche auswählen und dann direkt den Sketcher starten, um dort drauf eine Skizze anzulegen. Es ist nicht, als würde das nicht gehen. Es ist einfach nur nicht empfohlen, weil ihr habt es jetzt ja gerade live erlebt, was dann passieren kann. Es ist allerdings auch so, wenn ich den Origin jetzt einblende mit der Leertaste, ihr seht, es ist nicht immer so schön, dass jetzt gerade irgendeine Fläche, auf die ich zeichne, wie jetzt hier vorne die, dass die genau in der XZ-Plane liegt. Nun, dann müsst ihr euch halt einfach behelfen, hier oben über den Schalter Bezugsebene hinzufügen und dann müsst ihr die eigene Bezugsebene definieren, wo auch immer die liegen kann. und dann tut mir bitte den Gefallen und legt die Bezugsebene dann auch relativ gesehen zu euren Hauptebenen, sofern das möglich ist und legt jetzt nicht eine Ebene auch auf eine Körperfläche drauf, weil dann haben wir nämlich genau denselben Salat wieder. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, auf diese Fläche will ich eine neue Ebene anlegen und es ändert sich etwas an dieser Fläche, dann schießt euch auch die Ebene durch den Raum, genau wie es uns vorhin die Skizze zerschossen hat. So, dann können wir die Date & Play nochmal löschen jetzt und den Origin ausblenden. Ich will euch nämlich noch das ein oder andere erzählen und zwar selbst, wenn wir das jetzt beachten, diesen Workflow, dass wir nicht auf 3D-Kanten und 3D-Flächen uns beziehen wollen, dass wir schön hier mit den Bezugsobjekten, die hier oben dargestellt sind, Punkte, Linien, Flächen, Koordinatensysteme oder Shapebinder arbeiten, dann sind wir trotzdem in FreeCAD immer noch nicht 100% sicher, da nicht wieder in die Falle zu tappen und das zeige ich euch jetzt. Wir haben ja hier das Pocket, das ist 8 mm tief. Wenn wir das Pocket jetzt vertiefen, sagen wir mal 12 mm, dann seht ihr, wird hier einfach nur ein bisschen weiter hier reingefräst und zwar bis zu 15 mm, weil dann sind wir auf der Rückwand hier. So, jetzt ist das hier eine Fläche und hier diese zusätzlichen Flächen sind weggefallen. Das behalten wir uns jetzt mal ganz kurz im Hinterkopf, stellen das nochmal auf die 8 mm und fügen jetzt zu unserer Geometrie mal noch solche Dress-Up-Objects wie so eine Kantenverrundung oder auch eine Abschrägung hinzu. Also hier unten die Kante, die verrunde ich mir mal mit 2 mm Durchmesser. Hier oben mache ich mir eine schöne Schräge dran von 5 mm und ja, vielleicht hier auch mal noch aus Spaß, hier noch eine Kantenverrundung dran, so auch 2 mm. So, und jetzt gehe ich zurück an das Pocket und tue dasselbe, was ich vorhin schon gemacht habe. Also ich ändere jetzt hier die Tiefe auf 15 mm, dass ich wirklich jetzt bis zur Rückwand die Pocket rausfräse und schon gibt es hier unten einen Fehler. Chamfer hier kann nicht erzeugt werden. Hier unten wird alles rot. Diese Abschrägung hier, die funktioniert nicht mehr. Das heißt, die lösche ich mir mal einfach raus. Entfernen. Ja, Fillet schlägt dann auch fehl. Also ihr seht, das Fillet springt jetzt hier um auf hier oben diese Kante. Da war ich ja nie gewesen. Ich wollte ja eigentlich nur diese Kante hier abrunden und diese Kante wollte ich abrunden und hier die Schräge dran machen. Das heißt, das Fillet lösche ich mir jetzt auch. Das heißt, das Fillet, das jetzt hier überbleibt, das hier oben die komplette Kante abrundet, also von hier nach da, nach da, bis hier her, das war eigentlich meine Kantenverrundung, die ich ja hier an der Kante hatte und das ist auch durch das Topo-Naming-Packen. Wenn ich jetzt hier wieder umstelle auf 8 Millimeter und aktualisiere, beziehungsweise macht er schon selber, dann springt mir tatsächlich diese Kantenverrundung hier wieder an diese Kante hier dran. Das heißt, ihr müsst auch, wenn ihr mit Bezugsobjekten arbeitet, immer sehr vorsichtig sein, wenn ihr Änderungen vornehmt an eurer Geometrie, die hier im Baum in der Zeit vor diesen Dress-Up-Objects hier zum Beispiel liegen, dann kann sich noch mal die komplette Geometrie verändern. Das heißt, da muss man immer aufpassen und dagegen hilft auch meines Wissens aktuell noch nichts. Da ist halt der Konstrukteur gefragt, der diese Probleme einfach kennen muss, wissen muss, dass es zu sowas kommen kann und wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt hier unten die Kantenverrundung lassen wollte, dann würde ich einfach jetzt die Kantenverrundung löschen, würde mein Pocket jetzt hier auf 15 Millimeter setzen und würde jetzt, egal wie die Kante hier heißt, die Kante auswählen und dann dort meine 2 Millimeter Verrundung dran machen. Das ist dann aber auch nur so lange stabil, wie ich dieses Pocket dann wieder ändere. Wenn ich jetzt hier wieder auf 8 Millimeter gehe, dann springt mir diese Kantenverrundung von dieser Kante plötzlich da runter. Also das Toponaming in FreeCAD, das erfordert noch etwas Aufmerksamkeit. Ich weiß aber, dass da dran gearbeitet wird, intensiv und so viel dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal noch in einem anderen CAD-System kurz an, wie es da funktioniert oder ob es da funktioniert und dann sehen wir auch, wo FreeCAD noch Verbesserungspotenzial hat. So, wir sind jetzt hier zum Vergleich in der professionellen CAD-Software Onshape und jetzt schauen wir uns auch mal die zwei Sachen kurz an. Ich habe hier ebenfalls diesen Block erzeugt durch eine einfache Skizze, die hier unten liegt, die ich dann nach oben aufgepolstert habe und habe dann eine zweite Skizze hier ganz frech und dreist einfach auf die Fläche hier drauf gepackt und jetzt schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich jetzt hier diese Skizze hier ändere. Also ich werde jetzt einfach mal hier diese Kante komplett rauslöschen, diese Kante hier komplett rauslöschen und dann einfach nur mal so testweise die Kante hier miteinander verbinden. Dann entsteht jetzt eine komplett andere Kontur und trotzdem, auch wenn es jetzt hier weniger Flächen gibt, bleibt diese Tasche auf dieser Kontur hier sitzen. Das ist doch schon mal interessant. Das heißt, hier scheint das von den Programmierern irgendwie so umgesetzt zu sein, dass er da trotz der internen Benennung oder durch die interne Änderung der Kanten oder Flächen jetzt hier nicht plötzlich rumspringt. So, genauso wie wir jetzt hier eine Kantenverrundung dran setzen und an diese Kante hier auch noch eine Kantenverrundung dran setzen. Das mache ich einfach hier und sage 2 mm und ich setze mir hier oben meine Schräge dran, so wie ich das vorhin auch vorhatte, 5 mm abschrägen. So, und jetzt wird es spannend. Die Tasche hier, also linear austragen 2 heißt es hier, die klicke ich doppelt an und sage jetzt nicht 8, sondern auch wirklich 15 mm bis zur Rückwand, also bis hier hinten her und was passiert? Ihr seht es, die Kantenverrundungen hier, die sind noch genau da, wo die vorher waren. Die Schräge da oben ist auch genau, wo es da war. Kein Fehler und keine Probleme. Das heißt, hier ist einfach eine gewisse Stabilität gegeben. Ich zeige das nicht, um jetzt FreeCAD irgendwie schlecht darzustellen. Ich zeige einfach nur mal, wie das aktuell so in einer professionellen CAD-Software aussieht und wo FreeCAD noch hin muss, damit solche kleinen Ärgernisse für besonders Einsteiger und Umsteiger einfach vermieden werden. So, jetzt abschließend noch mal ein paar Hinweise. Also, ich empfehle dringend die Verwendung von Bezugsobjekten, also beispielsweise Koordinatensystemen oder Bezugsebenen, die ihr ins Dokument einfügen könnt. Diese dann bitte auch auf vorhandene Bezugsobjekte, wie beispielsweise die drei Hauptebenen XY, XZ und YZ beziehen und nicht auf Flächen. Dann nicht direkt auf Flächen zeichnen, sondern auch immer schön auf eine Bezugsebene zeichnen, wenn das möglich ist. Keine Kanten von 3D-Körpern in die Skizzen rein referenzieren. Das funktioniert zwar einwandfrei, aber sobald nachträgliche Änderungen kommen an den Flächen, Kanten oder sonst was, kann euch die darauffolgende Skizze ebenfalls um die Ohren fliegen. Das heißt, nach Möglichkeit, ihr könnt versuchen, euch auf vorige Skizzen zu beziehen mit der Referenzierung von Kanten. Das ist dann noch stabiler, als wenn ich an der 3D-Geometrie andocke, aber da passt der bitte auf. Ebenso bei den 3D-Form-Elementen, was wir jetzt am Ende gesehen haben, bei Phasen und Verrundungen. Die beziehen sich nämlich immer auf 3D-Geometrie. Du musst, um eine Verrundung oder eine Phase anzulegen, irgendeine Kante auswählen oder eine Fläche. Da kannst du nichts anderes tun. Deswegen dort Vorsicht walten lassen und dem sich bewusst sein, was passieren kann. Und ganz wichtig, auch der letzte Punkt, Achtung auch bei Baugruppen, also wenn ihr Objekte zusammenbaut und nachträglich an den Einzelteilen nochmal was ändert und bei den technischen Zeichnungen, also die Zeichnungen auch in der TechDraw-Workbench immer erst anfertigen, wenn ihr mit dem Konstruieren im 3D des Bauteils fertig seid. Weitere Infos gibt es natürlich hier, wo ich meine Infos auch zum großen Teil her habe, im Wiki, FreeCAD-Wiki unter Topological Naming Problem. Da gibt es auch nochmal ein ganz anderes Beispiel, das ihr durchmachen könnt. Abschließend nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich freue mich immer über Kommentare, Hinweise, Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt noch einmal der Hinweis, meine Video-Tutorials sind alle kostenfrei hier auf YouTube verfügbar. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bei meiner Mission hochwertige CAD-Tutorials kostenfrei für alle verfügbar zu machen, könnt ihr hier unten schauen. Ich habe einen PayPal-Account, Flowey's Corner und auch bei Patreon kann man mich unterstützen. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal, euer Flowey und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.